In unserem Universum gibt es viele verschiedene Quellen negativer Energie, so zum Beispiel das Handy, Fernseher, Mikrowellenherde. Und eine der größten Übeltäten in unserem Universum ist dieses Wi-Fi, oder wie wir sagen WLAN. Wir werden gleich die negative Energie demonstrieren, die ein WLAN-System auf dem Körper von jedem ausübt. Also in dem Schrank hier haben wir eine WLAN-Station sitzen. Bella steht mit dem Rücken zum Türbereich und ich werde den Muskeltest an ihrem Arm vornehmen und lasst uns mal sehen, welche Energie von dieser WLAN-Station ausgeht. Es schwächt sie total. Jetzt nehmen wir eines der Protect Pro Geräte und stecken es hier in die Wand, wo sich diese WLAN-Station befindet. Und jetzt werden wir den Muskeltest wiederholen und sehen, was passiert. Sie ist stark wie ein Stein. Indem wir dieses Gerät einfach in die Nähe dieser Einheit gesteckt haben, haben wir diese negative Energie harmonisiert und in eine positive Energie umgewandelt. Also dieses Messgerät geht über die Kilosurgie hinaus. Es gibt Leute, die Probleme damit haben, Kilosurgie als eine Wissenschaft zu akzeptieren. Ich verstehe das zu einem gewissen Grad, obwohl es für mich völlig wissenschaftlich ist. Für die Skeptiker habe ich jedoch dieses neue Messgerät. Dies misst das stark schädige Chaos innerhalb des Torsionsfeldes, das von dieser WLAN-Station erzeugt wird. Wenn ich nun den Reset-Knopf drücke und die Nadel würde auf einem perfekten Null stehen bleiben, gäbe es keine Verzerrung, kein Chaos im Torsionsfeld. Wenn ich jedoch den Knopf loslasse, wirst du sehen, dass die Nadel von links nach rechts schwingt und ich versuche sie zurückzusetzen, linke Seite, rechte Seite. Ich kann die Nadel absolut nicht auf Null bringen. Ich kann sie nicht stoppen. Sie bewegt sich permanent hin und her. Das heißt, dafür zeige ich hier auf wissenschaftliche Weise die Verzerrung, das Chaos des Torsionsfeldes, wie eine WLAN-Station den menschlichen Körper schwächt und was sie ihm antut. Es wird nur durch das Messgerät angezeigt. Das ist natürlich toll. Für alle Skeptiker da draußen, ich drücke es auf Null, ich lasse los, es bleibt nicht auf Null, es bewegt sich immer wieder nach links und rechts, wohin auch immer. Aber die Nadel bleibt nicht auf Null stehen. Das ist der Beweis. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und stecken unsere Schutzeinheit in den elektrischen Stecker. Wir werden sehen, wie die Reaktion danach ist. Nachdem wir den WLAN-Schutz von Protect Pro angeschlossen haben, lassen wir uns mal sehen, was das Messgerät anzeigt. Wenn es auf einer perfekten Null stehen bleibt, bedeutet das keine Verzerrung, kein Chaos aus dem Torsionsfeld dieses WLAN-Einheit. Und ich drücke den Reset-Knopf und lasse den Reset-Knopf los. Und siehe da, die Nadel bleibt auf einer perfekten Null. Das bedeutet, dass es keine Disharmonie gibt. Es gibt kein Problem mehr mit dieser WLAN-Station. Wir sind abgesichert. Das ist okay. Das ist gut. Das ist eigentlich alles, was ich euch heute zeigen wollte. Das ist eigentlich alles, was ich euch heute zeigen.